sie ist was weiter nach osten das sind sicher die feiten sich sicher gleich sondern dann töten wir die leute die sich ja da wollen wir nicht hin aber ich kann damit machen ich will mitmachen aller geht es ab wir können ne oder wollen wir das kind das man hinten kommen attacke ich bin da leute sind alle tot wo sind die hilfe ich glaube wir haben die gerade in grund und boden gestammt ja ich habe ihn hingerichtet ok let's go nee nee last weiter hoch ok ich bin ich bin bereit zu zerstören irgendwo da müssen sie sein oder ich habe ein ich komme ich habe dem einen typ einfach einen direkten hit gegeben ja meiner hat meiner hat einfach eine rakete geschluckt ja ich habe drei also ich habe schon drei kills wenn es so weitergeht das reicht vollkommen ja da unten ich habe einen hit ich sehe die kommen ich bin richtig hart vorsichtig muss mich heilen die entdeckung ich habe dann ein richtig ich habe ihm mitgegeben dem so richtig das würde ich nicht machen wenn du da runterfällt sind wir richtig am satt bleib hier denk daran wir müssen in die ecke aber wir müssen aufpassen dass wir hier am rücken und wo zum fix schießen lieb ich glaube es kommt einer hoch der vorsicht von rechts meine muni geht alle wir müssen ein bisschen nach hinten die müssen sich gerade bewegen aber die müssen halt sich genau auf uns zu bewegen hier oben auf der scheißplattform bleiben und hier jetzt da und passen fang fang achtung wovon du denkst wir bewegen uns passen würde ich sagen weil du bist schon das ist das ist das ist das ist Oh mein Gott. ich bin schon wieder gehittet ich muss mich heilen ja warte ich habe mich kurz hast du refft den aufgang in den blick, ich bin schon mal fackig achtest du darauf, weil die, genau, wir müssen da jetzt von uns hoch wo ist ich der schieß? ja ich weiß dass der schieß da können wir nicht pushen ja die lenke will genau pushen, ne das sind ich hab hier 30 jetzt gegeben ok was alter sind wir gut, wir haben es geschafft alter wir haben so scheiße gut gespieg boah hättest du die runde aufgenommen ich weiß es gar nicht bitte bitte funktionier alter n n Bis zum nächsten Mal.